Guten Morgen, du bist heute da und ich habe dir immer Rasterzöpfe oder Open Brakes immer abwechselnd eingeflochten und heute flechten wir Open Brakes, das haben wir besprochen und wir haben sogar die Haarfarbe rausgesucht und zwar diese Ombrefarbene, also die eine ist mit heller und die andere mit dunkleren und die Farben 2,613 und 2,525 genau, das mischen wir und dann zeigen wir, wie es geworden ist. Wie lange kommst du schon zu mir? Puh, 10 Jahre reicht noch nicht, da war dein Sohn noch nicht auf der Welt. Okay, der ist jetzt 13,5. Das ist bestimmt mindestens 5,10 Jahre. Ja und wenn ihr Fragen habt oder was schreiben wollt, sage ich die Telefonnummer 07131 576860 und da könnt ihr uns auch WhatsApp schreiben, über Termine oder über was ihr wissen wollt oder auf die Homepage stöbern, www.traumforsoren.de oder magicstyle.de Okay, das stelle ich mal um, also Bursate. So, wir haben die zwei Farben genommen, was wir vor heute früh gesagt haben. So sieht das aus. Auf viel Spaß.